Mein Name ist Paul Brandenburg. Ich bin unter anderem Notarzt und Publizist. Die Filme von Allesdichtmachen sind eine geniale Kritik des Versagens unserer Regierung. Dieses Versagen hat ohne jede Not viel tausendfaches Leid verursacht und unsere Gesellschaft schwer beschädigt. Hinter den Filmen kann ich keine andere Motivation erkennen als Mitgefühl und Menschlichkeit. Außerdem sind die Filme verdammt lustig. Und wenn ich eines zwischen all der Krankheit und all dem Sterben gelernt habe, das mich immer umgeben hat, dann, dass man dem Horror ins Gesicht lachen muss. Ich weiß, dass ich für viele Patienten, Ärzte und Wissenschaftler spreche, wenn ich den Künstlern sage, danke für euren Mut. Hallo, mein Name ist Friedrich Pürner und ich bin Arzt. Ärzte dürfen niemals schweigen. Die Aktion Allesdichtmachen fand ich persönlich hervorragend. Die Künstler zeigten uns auf ihre ganz spezielle Art und Weise die negativen Seiten der Corona-Maßnahmen. Humorvoll, wie ich finde. Als Arzt kann ich das nur unterstützen. Denn wir Ärzte haben alle Menschen im Blick. Hallo, ich bin Steffen Rabe. Und als Kinder- und Jugendarzt erlebe ich in meiner Praxis im Moment jeden einzelnen Tag, welche Nebenwirkungen und Schäden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gerade bei Kindern hervorrufen können. Kinder, die Bauchschmerzen, die Kopfschmerzen entwickeln, die Angst vor ihren Mitmenschen haben, die an der Maske leiden oder daran verzweifeln, dass sie seit Monaten ihre Freundinnen und Freunde nicht mehr treffen können. Ich bin den Schauspielerinnen und Schauspielern der Aktion Allesdichtmachen sehr, sehr dankbar, dass sie hier auf ihre ganz eigene Art und Weise dafür sorgen, dass diese Nebenwirkungen, diese Schäden, die die Maßnahmen auslösen, nicht in Vergessenheit geraten. Und erkläre mich als Arzt ausdrücklich solidarisch mit dieser Aktion. Mein Name ist Felix Schielein. Ich bin Apotheker und habe 45 Jahre lang Sinn und Unsinn der etablierten Medizin kennenlernen dürfen. Darum geht es mir jetzt überhaupt nicht. Mir geht es um den Beitrag Allesdichtmachen und den unglaublichen Mut, den diese Künstler aufgewendet und aufgebracht haben. Sie haben aufgezeigt, wie groß die Gefahr ist, dass die Freiheit der Kunst verloren geht. Die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Künstler ist aber ein untrügliches Zeichen für Demokratie und für die Freiheit von uns allen. Ihr habt meine ganze Hochachtung für diese Aktion und ich bin wirklich nur traurig, dass einige von euch praktisch unter massiven Druck Abbitte haben leisten müssen. Gerade denen gilt mein ganzes Mitgefühl. Bitte macht weiter so. Moin, ich bin Carsten Strauß, Arzt und Sozialpädagoge. Wahrscheinlich kennen Sie den existenz erhaltenen Spruch aller Ärzte und Psychologen. Es gibt keine Gesunden, es gibt nur nicht ausreichend Untersuchte. Es war eigentlich Satire. Dann kam die Pharmaindustrie und sagte, klasse Idee und schuf den Begriff des asymptomatisch Kranken. Das brauchen wir niemanden mehr zu untersuchen. Es sind sowieso alle krank. Wir sind das Volk, sagten Zehntausende, gingen die gegen die herrschende Obrigkeit auf die Straße und wurden bejubelt. Und die Diktatur griff nicht ein. Wir sind anderer Meinung, sagten Zehntausende, gingen auf die Straße und wurden beschimpft. Und die Demokratie schritt ein und diskreditierte abweichende Meinungen. Über 50 Künstler spielten einmal eine Rolle. Dann nahmen sie ihren Mut zusammen, gingen an die Öffentlichkeit und jetzt spielen sie keine Rolle mehr. Ich habe allergrößten Respekt vor den Menschen, vor jedem Menschen, vor anderen Meinungen und vor diesen Künstlern. Ich bin Ursula Kojo, Psychologin und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Schauspielern, die diese so zutreffenden, humorvollen, satirischen Kunstwerke für uns geschaffen haben. Ich möchte mich aber auch bei den anderen bedanken, bei denen, die ein bisschen zurückgezogen haben. Denn auch sie zeigen uns, wie sehr derzeit in unserer Gesellschaft Menschen diffamiert, denunziert, bedroht und verängstigt werden. Diese Art von Bösartigkeit ist angstgetrieben, angstgesteuert. Sie sagt nichts aus über euch. Sie sagt alles aus über sich selbst. Und sie tut uns allen nicht gut. Kunst tut uns gut. Vielen Dank noch einmal. Mein Name ist Imke Querengässer. Ich bin Tierärztin. Mein Mann und ich haben zwei schulpflichtige Söhne. Ich unterstütze die Aktion Hashtag alles dicht machen, da ich sie zum einen inhaltlich genial finde. Zum anderen, da sie schonungslos aufgedeckt hat, was Kritikern der Corona-Maßnahmen in diesem Land für Konsequenzen drohen. Hass, Hetze, Diffamierung, Androhung von Berufsverbot etc. Ich schließe mich dem Schauspieler Ben Becker an. Was ist nur aus unserem Land geworden? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Aktionen und ihre Reaktionen darauf ein paar mehr Menschen in diesem Land zum Nachdenken gebracht haben. Mein Name ist Fram. Und ich als pensionierter Arzt will auch noch was sagen. Ich fand die Aktion der Schauspieler gut. Sehr gut. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass da was kam. Vor allem der Hinweis auf die unausgewogene Berichterstattung der Medien war wichtig. Ich will keinen Haltungsjournalismus. Ich will freies Journalistentum. Und was soll das jetzt? Ich kritisiere den Lockdown und werde dann für das Sterben auf den Intensivstationen verantwortlich gemacht? Ja, geht's noch? Was ist mit dem Passivrauchen, den Verkehrstoten, der Umweltverschmutzung, der Kindersterblichkeit, bei Kobaltgewinnung und so weiter und so weiter? Bleiben wir doch alle immer zu Hause, kleiden uns in Sackleinen und hören auf zu denken. Meine Meinung. Mein Name ist Matthias Gubitz. Ich bin Psychiater, Psychosomatiker und Psychoanalytiker. Auf der Homepage des BMI ist seit gut einem Jahr ein Strategiepapier zum Umgang mit SARS-CoV-2 abrufbar. Unter anderem ist hier wörtlich von einer gewünschten Schockwirkung die Rede mit anderen Worten. Da soll Angst gemacht werden. 50 Kulturschaffende, die ihr Brot zu wesentlichen Teilen im Bereich der Medien verdienen, die sich nach Kräften an der Umsetzung der erwähnten Strategie der Angst beteiligen haben, sich aktuell dieser Angst gestellt. Ja, sie haben die Angst selber gestellt, indem sie diese mit den Mitteln ihrer Kunst lächerlich gemacht haben. Um die Angst zu dekonstruieren und die Angstmache in ihrer Destruktivität zu demaskieren, setzen sie ihre materielle Existenz aufs Spiel. Dafür gebührt ihnen höchste Anerkennung und Dank. Mein Name ist Eckhardt Reinecke. Ich bin Angst. Ich danke den 50 Schauspielern für die gelungene und mutige Aktion Alles Dichtmachen. Die Aktion zeigt Empathie mit allen Betroffenen der Corona-Krise. Wenn die Künstler dafür einen Shitstorm in den Medien ernten, dann fühle ich mich zurückversetzt in finstere Zeiten der DDR, die ich vor dem Mauerfall verließ. Wo sind wir hingekommen? Ich bin Maike Dorenberg. Ich war früher pharmazeutisch-technische Assistentin. Heute bewegen mich diese Fragen. Eine Geschichte ohne Worte, ein Lied ohne Töne, eine Welt ohne Sonne, ein Weg ohne Ziel. Weißt du, was das ist? Das sind wir ohne Schauspieler, ohne Musiker, ohne Künstler. Das sind wir ohne Satire, ohne Kreativität, ohne Kultur. Das sind wir ohne Nähe, ohne Umarmungen, ohne Menschlichkeit. Vielen Dank an die Künstler von Alles Dichtmachen. Vielen Dank für eure Worte und für euren Mut. Mein Name ist Wildrud Kling. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin in eigener Praxis. Dort sehe ich viele Menschen, die unter den aktuellen Corona-Maßnahmen leiden. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, vor allem Eltern und alte Menschen. Die Corona-Erkrankung spielt nur eine Nebenrolle. Ich bin froh, dass die Schauspieler sich gemeldet haben und hoffe nun auf eine offene und ehrliche Diskussion der Maßnahmen unter Berücksichtigung der Fakten. Mein Name ist Annette Müller. Ich bin Frauenarzt, Mutter und Großmutter. Nun, meine lieben Schauspieler, da habt ihr euch ja ein Ding geleistet. Mut, Provokation, Meinungsfreiheit. Wie bekommen wir das wieder auf eine gerade Linie? Das wird schwer. Vereinbart bitte dringend einen Arzttermin. Ich unterstütze euch. Hallo, mein Name ist Julia Müller. Ich bin Ärztin. Ich bedanke mich bei den Schauspielerinnen, die aus herrlich ironischer Weise die Absurdität der Corona-Maßnahmen dargestellt haben. Wir Ärzte sollten auch etwas tun. Lassen Sie uns diese absurde Maßnahme beenden, indem wir aufhören, Gesunde durch Tests zu Kranken zu machen. Dankeschön. Mein Name ist Thomas Kühlken. Ich bin Arzt und grüße die Künstler der Initiative Alles Dichtmachen. Aus den treffenden Bildern eurer bitteren Ironie spricht die Empörung über das unerträgliche Unrecht, das uns alle beherrscht. Die eigentliche Botschaft aber scheint mir die zu sein. Wenn du in der Ohnmacht aus dir herausgehst und nach deinen Möglichkeiten aufrichtig schöpferisch wirst, dann wird die Ohnmacht zu einem festen Boden, auf dem du stehen und gehen kannst. Danke für euren Schritt. Er steckt an. Ich bin Beatrix Heidemann. Ich bin Ärztin. Ich finde die Filme der Aktion Alles Dichtmachen ziemlich gelungen. Zum Teil konnte ich lauthals lachen. Danke dafür an die Künstlerinnen. In der Psychologie nennt man das nicht Satire, sondern paradoxe Interventionen. Die wendet man an, wenn sich Patientinnen massiv gegen die Erkenntnis wehren, dass ihre Gedanken, Gefühle oder Handlungen unsinnig, zum Teil sogar falsch sind. Seit über einem Jahr machen uns unsere Politikerinnen genau dieses Verhalten vor. Deshalb finde ich es einen mutigen Versuch von den Künstlerinnen zu bewirken, dass die Gesellschaft an ihren Filmen aufwachen kann. Dass sie dafür nun beschimpft, zum Teil massiv bedroht werden, war leider zu erwarten. Für mich ist es ein weiterer Beweis dafür, wie schlecht es in der Bundesrepublik Deutschland mit der Meinungsfreiheit bestellt ist. Hallo, mein Name ist Ingo Zobel. Ich bin Psychologe und Dozent für Forschungsmethodik. Und in meinen Kursen gehen wir auch der Frage nach, wie kommen wir an unser Wissen? Wo ist unser Wissen? Wo kommt das her? Es gibt da die Logik, es gibt die eigene Beobachtung, es gibt Autoritäten, sowas wie Bücher, Eltern oder Lehrer und natürlich die Wissenschaft. Aber keine dieser Quellen ist perfekt. Also Stichworte wie Subjektivität spielt eine Rolle oder auch Qualität von Daten spielt eine Rolle. Wir müssen also permanent hinterfragen. Das, was ich da untersuche, ist es auch das, was ich untersuchen will. Und wenn ich Zusammenhänge finde, sind die zufällig. Wenn ich das nicht frage, wenn ich mir das nicht traue zu fragen, welchen Geld hat dann dieses Wissen? Und ich interpretiere die Beiträge auf alles dicht machen als so ein überspitztes Hinterfragen der Corona-Maßnahmen. Gerade auch auf der Ebene von Betroffenen, die nicht mehr so sichtbar sind. Beispielsweise Studenten und als überspitztes Hinterfragen unserer Diskussionsfähigkeit. Vielen Dank für diese Aktion. Hallo, mein Name ist Rebecca Herrmann. Ich bin niedergelassene Frauenärztin aus Norddeutschland und möchte mich bei allen Beteiligten der Aktion Alles Dichtmachen bedanken. Die Schauspieler haben auf eine wunderbar ironische, teilweise auch zynische Art und Weise uns einen in den Spiegel vorgehalten und den Finger in die Wunde gelegt. Seit einem Jahr betreue ich sowohl Corona-Kranke als auch Menschen, die unter den Maßnahmen leiden. Dazu zählen Kinder und Jugendliche mit Erstörungen, schweren depressiven Symptomen, alte Menschen, die vereinsamen, Mütter, die unter der Dauerbelastung zusammenbrechen, junge Menschen mit Suizidgedanken. Meine älteren Damen berichten mir teilweise, dass sie zwar den Krieg erlebt und überlebt haben, dass sie damals Angst vorm Sterben hatten, aber dass sie es diesmal als schlimmer empfinden, weil sie damals zusammengehalten haben. Und das wünsche ich mir von uns allen, dass wir zusammenhalten als Gesellschaft, dass wir wieder aufeinander zugehen und uns zuhören. Dankeschön. Mein Name ist Uta Möhler und ich war Krankenschwester. Ich bin Corona-Risikopatientin, ich bin maskenbefreit und im letzten Jahr hatte ich Depressionen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei den Schauspielerinnen und Schauspielern und dem ganzen Filmteam von Allesdichtmachen bedanken, weil ihr durch eure freche, satirische Art einfach Abstand zwischen mir und dem Drama gegeben habt. Dafür danke ich euch. Servus, mein Name ist Ronny Weigl, ich bin Arzt und Mitinitiator des Vereins MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, das sich bereits vor einem Jahr gegründet hat in der Kritik an den völlig überzogenen Maßnahmen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der sogenannten Corona-Krise. Ich freue mich riesig, dass sich jetzt viele prominente Künstler in der Aktion Allesdichtmachen zusammengetan haben und mit witzigen, ironischen Kurzfilmen mithelfen, dass mehr Menschen zum Nachdenken kommen bezüglich der katastrophalen Auswirkungen und Folgen des millionenfachen, ja milliardenfachen Leides verursacht durch die globale Covid-19-Agenda. Mit ihren Beiträgen haben die Akteure nicht nur ihren Mut bewiesen, sondern auch Herz und Verstand gezeigt. Ich wünsche mir, dass viele weitere Künstler sich an dieser Aktion beteiligen. Wenn wir als Menschheitsfamilie weltweit zusammenhalten, kann es uns gelingen, aus dieser Krise eine Chance zu machen. Mein Name ist Martin Hirte und ich bin niedergelassener Kinderarzt. Zurzeit erlebe ich an jedem Arbeitstag verzweifelte Eltern, die durch die Politik des Allesdichtmachens in großer Not sind. Ich sehe auch immer mehr Kinder, die traurig oder psychisch auffällig sind. Die Bundesregierung hat ein Ohr nur für einige wenige ideologisierte Berater, die mit ihren Vorhersagen schon mehrfach völlig daneben lagen. Der dringend notwendige Strategiewechsel ist ausgeblieben. Die Maßnahmen Dampfwalze rollt unerbittlich weiter. Jetzt wird auch noch an einer Zweiklassengesellschaft von Geimpften und Ungeimpften gearbeitet. Und die Gesellschaft wird noch weiter gespalten. Ich danke den Schauspielern, die mit ihrer Aktion alles dicht machen, die Kritik an der Regierung auf eine neue Stufe gehoben haben. Satire ist erlaubt und notwendig, wenn Argumente nicht gehört werden. Ich habe großen Respekt vor allen, die daran teilgenommen haben. Sie haben etwas bewegt. Mein Name ist Isa Haschke. Ich bin Frauenärztin. Ich habe Angst. Nicht vor dem Tod. Vor dem Leben. Die Aktion der Schauspieler hat mir sehr gefallen. Kunst soll aber nicht nur gefallen. Kunst soll uns auch ein Spiegel vorhalten. Wer das Spiegelbild nicht sehen will, muss nicht hinschauen. Und kann auch sein Missfallen äußern. Aber wie wurde der Boden bereitet? Wie kommt es zu diesem breiten und wirklich ehrlich wirkenden Hass, der den Künstlern entgegenschlägt? Das macht mich sprachlos. Das macht mich mutlos. Und vor allem macht es mir Angst. Ich bin Rebecca Leist und ich bin Frauenärztin. Liebe Schauspieler. Ich habe allergrößten Respekt und Hochachtung vor eure mutigen, eindrucksvollen und in meinen Augen äußerst gelungenen Aktionen. Ihr hattet sicher mit heftiger Kritik gerechnet, aber bestimmt nicht mit diesem Shitstorm. Ein Shitstorm, der sogar das Leben eurer Kinder bedroht. In was für einer Welt, in was für einer Demokratie leben wir eigentlich? In einem Staat, der Denunziantentum fördert, in dem Mitbürger, die ihre Meinung äußern, direkt oder ironisch wie ihr mit Berufsverbot gedroht wird. Ein Staat, der versucht, Ärzte, Polizisten, Richter und andere einzuschüchtern, in dem Hausdurchsuchungen durchgeführt, Konten gesperrt, Laptops und Handys beschlagnahmt, ein Berufsverbot von Staatsanwälten verhängt wird und die Betroffenen als rechtsradikale und Querdenker diffamiert werden. Ist das noch eine Demokratie? Ich bin Selbstdenkerin und das habt ihr, liebe Schauspieler, auch bewiesen. Ich danke allen mutigen Menschen in diesem Land. Guten Tag, mein Name ist Dr. Fuhrmann Manfred. Ich bin Internist in Österreich. Nach der Aktion der Künstler sollten sich auch einmal die Ärzte zu Wort melden. Ich fand diese ganzen Maßnahmen von Anfang an unsinnig und evidenzbefreit und war von Anfang an dagegen. Mein Name ist Claudia Schöne mit OE. Ich bin Tierärztin und danke den mutigen Schauspielerinnen und Schauspielern für ihre pfiffige, intelligente und respektvolle Aktion Alles Dichtmachen. Unsere Regierung klaut uns unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere Freude, unsere Fantasie und spricht uns unsere Eigenverantwortung ab. Die Mainstream-Medien sind gleichgeschaltet und bekämpfen jegliche andere Meinungsäußerung mit den perfidesten Beschimpfungen. Die Experten der Regierung verweigern sich jeglicher wissenschaftlicher offener Diskussion. Mit den Impfungen gegen das Coronavirus verstößt die Bundesrepublik Deutschland und nicht nur diese gegen den Nürnberger Kodex. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wir, die Bürger dieses Landes, das Volk, wir sind... Mein Name ist Ingrid Heimke. Ich bin niedergelassene Kinder- und Jugendärztin. Seit Anfang diesen Jahres suchen mich zunehmend Familien auf, deren Kinder unter psychischen Erkrankungen leiden. Ich sehe unter anderem Depressionen, Essstörungen und Schulängste. Diese Krankheiten gab es immer. Aber noch nie in meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich so viele Kinder in einem so kurzen Zeitraum unter diesen schweren Krankheitsbildern leiden sehen. Die Künstler von Allesdichtmachen haben den Menschen eine Stimme gegeben, die momentan zu wenig gehört werden. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und meinen tiefen Respekt aussprechen. Es ist nun Aufgabe der Gesellschaft nach einer Lösung zu suchen, wie Infektionsschutz, Wahrung der seelischen Gesundheit und Achtung der Grundrechte gelebt werden können. Ich heiße Susan Neumann und bin Internistin und ich finde die Künstleraktion prinzipiell sehr gut, weil sie jedem vor Augen führt, wie schwierig es mittlerweile ist, offen Kritik an der Politik und ihren Maßnahmen zu üben. Solitarität wird ständig gefordert von oben. Aber mit wem, frage ich mich? Also wirklich mit den Alten oder mit den Kindern oder gar mit denjenigen, die ihren Job verloren haben? Mich erinnert das Ganze leider sehr an das Buch Die Welle. Angst wird zur Spaltung benutzt. Hallo, ich bin Kerstin, Hebamme und Retterin. Ich möchte Danke sagen. Danke für die wundervolle Aktion. Hashtag Wir machen dicht. Diese 53 Schauspieler und Schauspielerinnen haben auf wunderbare satirische Art und Weise uns den Spiegel vorgehalten und den Finger in die Wunde gelegt. Ich danke euch sehr dafür und freue mich sehr darüber, vor allen Dingen auf zukünftige Aktionen. Diese Videos waren auf keinen Fall verhönend oder verachtend. Auch ich kritisiere die Regierungsmaßnahmen. Ich kritisiere den Haltungsjournalismus unserer Medien und ich wünsche mir einen offenen Diskurs. Hallo, mein Name ist Jens Rösler. Ich bin physiotherapeutischer Heilpraktiker in einer Praxis in Leipzig. Ich unterstütze die Schauspieler bei ihrer Vitebotschaft an die Politik und an die Medien und finde es gut, dass sie den Mut dazu haben, sich öffentlich zu äußern. Ich selber erlebe in meiner Praxis, dass die älteren Menschen immer mehr vereinsamen und froh sind, wenn wir zweimal die Woche für 30 Minuten mit ihnen während der Arbeitszeit reden und wie wir Sachsen sagen, lustig sind. Wir brauchen viel mehr Humor in unserem Leben. Lachen hält gesund. Darum macht weiter so und bleibt schön lustig. Hallo, mein Name ist Heike. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. Vor kurzem hat unser Bundespräsident und die Regierung den Menschen gedacht, die an oder auch mit Corona verstorben sind. Das ist wichtig und auch richtig. Ich möchte heute den Menschen gedenken, die an den Kollateralschäden verstorben sind oder auch noch immer daran leiden. Besondere die Kinder, die Alten und Schwachen und die Menschen, die krank sind in unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, seitdem es Corona gibt, gibt es eine Zweiklassengesellschaft, was Leid und auch Tod angeht. Ich danke den Schauspielern von Allesdichtmachen für ihren Mut und für ihr künstlerisches Talent auf die Missstände hinzuweisen und finde es einfach großartig, wie sie den Mut bewiesen haben, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Hallo, liebe Schauspielerinnen und liebe Schauspieler, mein Name ist Kultur Bethke. Ich bin medizinisch-technische Laborassistentin und ich möchte Danke sagen. Danke für euren Mut. Danke, dass ihr mich zum Lachen gebracht habt. Danke für eure Aktion, Allesdichtmachen. Sie ist für mich ein Licht in der Dunkelheit. Und bleiben Sie gesund. Guten Tag, mein Name ist Günter Seidler. Ich bin Nervenarzt, Psychoanalytiker, Psychosomatiker und Psychotraumatologe. Ich habe die Psychotraumatologie in Deutschland maßgeblich mit aufgebaut. In der Psychotraumatologie geht es um Gewalt und gewaltvolle Störungen. Gegenwärtig sehen wir völlig neue Formen von Gewalt, die im Gewande des Guten einherkommt und beansprucht für das Wohl des Menschen und für deren Gesundheit da zu sein. In Wirklichkeit verursacht sie eine Unmenge an Schaden und Schädigungen. Ich danke den Schauspielerinnen und Schauspielern dafür, dass sie versucht haben, mit ihren Möglichkeiten darauf aufmerksam zu machen. Vielen Dank. Mein Name ist Frank Horbeck und ich bin seit 34 Jahren Arzt. Ich finde diese Aktion richtig klasse und mutig. Nicht so sehr wegen des künstlerischen Wertes, sondern weil sie aufzeigte, was danach kam. Wie ein Mob funktioniert, wie Framing funktioniert, wie Menschen, die in ihrer Profession Kritik ironisch einpackten, geteert und gefedert wurden. Wer diese Freiheiten nimmt oder in Frage stellt, der nimmt uns allen die Freiheit. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. In diesem Sinne, bleiben Sie stark. Mein Name ist Claudia Hese. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und möchte hiermit meine uneingeschränkte Solidarität mit den Künstlern der Aktion Alles dicht machen bekunden. Ich danke für diesen wichtigen Beitrag in der aktuellen Situation. Wir brauchen einen toleranten, öffentlichen Diskurs. Hallo, mein Name ist Amre Sassi und ich bin Zahnarzt aus Berlin. Unser Land, das einst bekannt war als das Land der Dichter und Denker, ist zu dem Land mutiert, in dem Dichter und Denker denunziert und mundtot gemacht werden. Seit über einem Jahr steht es um die Kunst und Kultur still. Und seit über einem Jahr fordern Ärzte und Wissenschaftler einen öffentlichen, wissenschaftlichen Diskurs. Wissenschaft lebt vom Austausch und vom Wandel. Das Pseudoziel der Regierung Zero-Covid wird unter den jetzigen Umständen niemals erreicht werden können. Viren sind genauso wie Bakterien und Pilze natürliche Bewohner unseres Organismus. Und wir werden dieses Pseudoziel erst erreichen können, wenn wir aufhören, fanatisch zu sein. Es gibt nur ein paar Sitzen, die Stin, die Stin, die Stin und die Stin oder die Stin und die Stin und die Stin! Die Stin und die Stin Vielen Dank.